Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren Amara View Maskenrahmen, das Kissen und den Schnelllöseschlauch täglich und vor dem allerersten Gebrauch reinigen. Um die Maske auseinanderzunehmen, drücken Sie die Schnellverschlüsse zusammen und ziehen Sie den Schlauch vom Maskenrahmen weg. Lösen Sie die Kopfbänder und ziehen Sie sie aus den Schlitzen heraus. Lösen Sie die Kopfbandclips, indem Sie sie vom Maskenrahmen wegdrehen. Greifen Sie das Maskenkissen an der Ober- und Unterseite und ziehen Sie es vorsichtig weg. Ziehen Sie nicht an der Nasenkissenöffnung. Reinigen Sie den Maskenrahmen, das Kissen und den Schnelllöseschlauch täglich per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder alkoholhaltige Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit Weichmachern oder Pflegezusätzen. Spülen Sie die einzelnen Teile gründlich mit klarem Wasser aus und lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen. Gehen Sie sicher, dass die Maske und das Schlauchsystem vor Gebrauch trocken sind. Das Kopfband sollte wöchentlich oder bei Bedarf gewaschen werden. Es muss nicht täglich zur Reinigung abgenommen werden. Legen Sie das Kopfband zum Trocknen aus oder hängen Sie es auf. Geben Sie es nicht in den Wäschetrockner. Überprüfen Sie Ihre Maske und Schlauchsystem auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen wie Löcher oder Risse. Entsorgen und ersetzen Sie Teile nach Bedarf. Um Ihre Maske wieder zusammenzusetzen, greifen Sie das Maskenkissen von beiden Seiten und drücken Sie es vorsichtig in den Maskenrahmen. Ziehen Sie die Bänder durch die Schlitze. Drücken Sie nun die Kopfbandclips in den Maskenrahmen. Schieben Sie den Schnelllöseschlauch auf das Kniestück, bis die Schnellverschlüsse hörbar einrasten. Die Amara Viewmaske ist nun wieder einsatzbereit. Innovation & You Philips Respironics